Jetzt kommt das Team Facemake-Leser und wir legen direkt los, liebe Klara. Das ist dein Begriff. Hier war alles, der Monat funktioniert, Sonne, Pizza, äh, Club, Religion. Eine Banane. Oh, super, Religion, ja schon sowas wie Religion. Was? Festivals, Bäume, Baum, äh, Solomon Plus Eins. Nein, auch nicht. Blume, Festival. Es ist ein Festival, wo für die Eins? Die Eins, zwei, Tumor. Was ist denn links, was hast du denn links? Das und das. Computer, Techno. One, was ist ein Festival mit One? Und was ist dazu? Du, Bäume. One, three. Okay, weiter, weiter. Okay. Also es wäre ein Nature-One-Game. Nature-One-Game. Okay. Nächster Begriff. Okay. So, jetzt ein bisschen Konzentration. Bootshaus. 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 Oh, super. Applaus. Wieso weißt du das alles sofort? Aus Erfahrung. Das ist eine ganz besondere Tageszeit, bei der die Raver richtig aufdrehen. Aufdauer. Oh. So, ihr habt noch 50 Sekunden. Okay. Mach mal. Frau, Herz und eine dicke Bass. Ich seh nichts. Ihr habt noch 20 Sekunden. DJ Dances. Sieht mir so ein bisschen nach Anhömmeln aus. Oh, ich weiß. Alle Mädels. Sieht noch nicht der Wendler? Nein. Ja. Alle Mädels. Alle Mädels mit dem DJ. Was hat jeder DJ gerne? Drei. Zwei. Ja. Mega. 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 War gut. War gut.